hallo und herzlich willkommen zurück zu planet grafter warum wird hier eisen nicht aufgefüllt wo habe ich die dann hingestellt hier ne das ist kobold ist eisene noch ein eisen hier drin kobold ja da gar nicht hin wird hier und wir das auch hier abgeholt hier so mit ihm alles leer er macht das doch hier er denn muss ich halt warten jetzt hat ein eisen geholt ok wir widmen uns dem tram tower also beim tower hier unten hätte ich gerne das komplette lager bedeutet wir fangen hier an wie viele sind es denn insgesamt 12345 sonstiges lasse ich mal weg 678 9 10 11 12 der 12 grundmaterialien in das kann ich das denn gucken wo kann ich das denn gucken so warte mal ihr seide gibt es auch noch nix mutagene kann ich jetzt da die anderen hinzufügen ich weiß nicht moment aber was wollte ich jetzt gucken aquarium stufe 1 ist gebaut hier eine super legierung stäbe soll ich die jetzt aufbauen also ich brauche erstmal einen vorratsschrank also super legierung super legierung leiterplatte nicht das problem so leiterplatte super legierung super legierung wirklich hin und ich brauche noch drei eisen ne brauche ich eigentlich nicht weisen nicht für silizium nicht magnesium kobalt stäbe gibt es auch keine titan stäbe gibt es keine aluminium stäbe gibt es keine aber iridium stäbe gibt es also 1 2 3 4 5 6 grundmaterialien gibt es 5 5 6 6 6 6 7 8 3 4 6 7 8 8 9 9 10 und sag was 11 ja ich mach mal elf stück na okay ich die dahin elf stück dann kommt hierhin eisen nachfrage nach eisen halt ne eisen priorität mach ich mal so wer das jetzt hinten rausgeholt hier nicht rausgeholt ne angeboteisen räumt das mal wieder leer leer ist es nein wenn ich den raum weg machen ich muss da drin ist eigentlich kann nicht raumübergreifend ok eisen kann weg als nächstes käme silizium wo nicht so ok nennt nicht um lithium die nachfrage nach mit 1 um die jetzt schon und noch mal und leer hallo nachfrage angebot keins jetzt noch mal angebot rein tun lithium jetzt sollte das schneller gehen wo sind denn die alle die von da hinten angeflogen um das hier weg zu räumen ok gut ist leer ist leer gut so was hier drin magnesium ist auch voll haben wir denn nicht so viele drin naja gut aus nacheinander auf die litium ist das so passt nicht so ne ja das passt magnesium so magnesium rinne magnesium mit 1 2 3 5 6 6 6 7 7 8 8 9 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ist das hier dann mittig ich muss hier so anwand stehe passen nicht wie die anstäbe iridiumstäbe aus mir umstäbe superlegierungstäbe was gibt es noch war es doch oder ja sieht das vorne aus wo habe ich das denn jetzt eingetragen hier so hier so wieder wasser super und Stab. Überpunkt Stab. Ähm, ja. Leg. Leg. Stelbe kommt dann unten drunter. So. Überlegpunkt fehlt. Kann man so lassen. Okay. Ähm. Habe ich die dabei? Nee. Waren da keine drin? Wo sind die Superlegierung? Äh? Ach so. Uran, Osmium. Habe ich noch gar nicht rausgenommen, Superlegierung. Uran? Nee, habe ich nicht. Okay. Angebot. Vollegierung. Okay, kann ich den abbauen? Äh, nee. Kann ich nicht. Ah, die ganzen Stäbe hier drin sind, ne? Okidoki. Okidoki. Ich mache die mal eben hier hin. Ok, so viele Stäbe. Das weg. Auch nochmal Eisen. Habe ich noch Platz? Jo. Ein bisschen. Eisen. War doch hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das sollte reichen. Ähm. So? Nee, ist nicht mittig. Na toll. Bin ich verdurstet. Super. Ähm. Das ist auch nicht mittig. Hier drin. Okay. Wieso ist das nicht mittig? Das ist mittig. Oh, Mann. Die Stäbe reichen. So. Der ist nicht mittig. Also komm doch weg. Hm. Jetzt ist es aber mittig, ne? Das ist doch mittig. Äh. Ja. Das ist halt so. Okay. Hm. Der steht hier am Rand. Der steht am Rand. Okay. Kommt noch einer dahin, den ich am Rand stelle. So. Und noch einen. Äh. Komm jetzt daher. Hä? Kein Eisen mehr. Wieso eigentlich nicht? Ist hier drinne? Das ist hier drin. Okay. Steht der? Super. So. Okay. Machen wir hier die Osmiumstäbe. Die Osmiumstäbe. Wir machen hier. Die. Okay. Und hier kommen die Iridiumstäbe hinein. So. Das werde ich jetzt noch beschriften. Wir sehen uns dann morgen. Bis dahin. Gehabt euch gut. Und tschüss. Will man super색. In der sour die los. squish ног. Ich weiß nicht wo.